einen wunderschönen guten tag und jetzt willkommen zu einer neuen folge von kirby und das vergessene land wir sind auf dem neuen kontinent angekommen ja in der wüste und ich würde sagen wir legen einfach mal los wir haben ja nur diese mission von daher die wüste wiege des lebens let's go also es hat drei versteckte wortel dies und drei neben missionen okay ist okay sollte nicht die krasseste herausforderung sein oder hey du da guck mal mein drachenfeuer ist so geil yes gutes level design oh damn hey 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 beruhig dich du auch da weg da er lebte schon wieder ich wollte nur gucken was hier so ist würdest du sag mal geht's noch warum spawnt der so schnell ich bin am gucken was hier noch so ist guck mal was ist hier da kann ich durchlaufen oh cool okay geh mal zur truhe hier ahja got it huch bisschen was essen wunderbare sache okay gehen wir mal geht's noch unverschämtheit hier hier man brav 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 hol dir das stück jetzt geh ich nochmal hier hinten gucken vielleicht ist da irgendwas versteckt maybe hier oben oder so ja guck mal was ist das da oben ah da kann ich nur mit dem naja da müsste ich mein vulkanfeuer für aufgeben okay okay ähm hier power ablegen wir sehen der edle entdecker okay nee das zweite upgrade hab ich je für noch nicht bekommen ne wunderbare sache das ist lol oh trifft drei fliegende ziele okay nice ja dann würde ich doch sagen let's go geh mal hier nach drüben das ist das zweite ziel aha sehr gut next 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 kann ich das warum was ist los mit dir ja hm keine ahnung komm weg da du auch sehr gut warte noch nicht vollstopfen bitte ich will noch schnell äh looky looky hier oben machen ob ich irgendwas übersehen habe hm das ist ja schon fast open world hier haha naja gehen wir mal zur schlange sehr gut weg ist sie hier noch die truhe ah got it ja 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 so ah zeitmeier hier okay mach mal ihn weg mach den entdecker da auch weg schöne sache mach die da weg perfekt perfekt ah shit hier brauche ich auch noch einen Windstoß ähm okay ja dann holen wir das Dingens wieder komm komm saug ein das zeug kirbilein los geht's zeig was du kannst also nebender Windstoß ah ah Nummer 4 von 5 supi und ausspucken so wo sind hier noch Sachen versteckt warte mal was ist das da ah nix wow 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 sag mal geht's noch wait a minute kannst du bitte drauf gehen danke hol doch mal da das das Luftdingens oh da ist auch das das schwebende Ziel hey geht doch danke okay okay eine Mission haben wir schon mal erledigt das ist schon mal gut eine von drei haben wir so dann blas mal das Zeugs hier weg kann ich das auch weg machen ne schade hier hat es aber glaube ich noch mehr solcher Haufen oder okay das war so nicht geplant uh damn schau mal eine an hier richtig großzügig auch wenn ich die Münzen für gar nix gefühlt mehr brauche gehen wir mal aufs Schiff hier hoch komm ich das kampflos oder ja wollte schon sagen oh nein die Federina oh herje ja okay komm mal herje du blöde blöde Federina ey uh gut ich hab's erwischt immerhin hey 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 komm schon nein 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 komm 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 weg da oh mach sie weg weg mit der da so sehr gut und jetzt bam waddledey waddledey schöne Sache komm her mein kleiner süßer waddledey dann haben wir auch so rumzuschreien so der erste von drei waddledeyes super dann können wir weiter wo war der hier noch oh eine Blaupause für den Kristalligel okay dann bin ich kein Schrottigel mehr sondern ein Kristalligel nachher ha cool ich sehe hinten vielleicht noch was ne dann dann ähm hm ich frage mich ob ich da mit meinem Blastingens hier hoch könnte keine Ahnung wir werden es am Ende des Levels rausfinden gut so weiter 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 los los so lass den Scheiß da ruhig umfallen kein Problem ja mach den Kollegen weg kurz bisschen Fleisch essen Fleisch ist immer gut ich höre einen Waddledey oder wo ist er denn hm gute Frage wo könnte er sein er ist hier in der Nähe aber wo kann ich die auch so kaputt machen ne ach guck mal hier hier unten ist er aber achso ne ich hab ah ich hab ne Idee wie ich das machen muss ja ja okay so den hier mitnehmen dann hier nach drüben so so erst mal das da weg machen und dann hier so bam perfekt und hier drin ist der Waddledey juhu Waddledey Nummer 2 von 3 sehr schöne Sache hier hoch können wir auch noch gleich gehen ja hier mach das weg perfekto oh okay ausspucken und rein hier na guck mal jetzt kriegen wir schon wieder eins wow na gut ja wieder mal ne kleine Überraschung sagen wir natürlich nicht nein und dann so bam so dille Waddledey Nummer 3 von 3 schöne Sache schöne Sache okay spuck aus das Zeug und wieder zurück in die Wüste okay jetzt ist nur noch die Frage oh shit wo sind die anderen zwei Nebenmissionen so weg mit ihm da machen wir die auch gleich weg ja Nummer 1 Nummer 2 und Nummer 3 ey ja die Schlange muss auch weg so ist doch brav und da sind wir dann schon am Ende nachher okay ich hab zwei Nebenmissionen verpasst huh okay ich bin gespannt was das denn für Dinger sind ich kann ja jetzt nur eine freischalten das ist der Scheiß das ist wirklich scheiße aber ich hab wenigstens alle Waddledees besiege den zurückgelassenen Squishy hä ich hab einen kompletten Gegner verpasst what fucking hell okay ähm auf der Suche nach der Oase ja die kannst du in der Wüste lange suchen scheiße wo hab ich denn einen kompletten Gegner verpasst what das kann nicht sein nein 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 nochmal besiege den zurückgelassenen Squishy der zurückgelassene Squishy was könnte das wohl sein oh warte mal was ist hier das ist nichts okay so du kleines Hündchen kannst weg der zurückgelassene Squishy also sag mal mach sie weg da er auch weg damit weg damit das war gar nix du hä äh oh getroffen sogar blöder Hund meck da also zurückgelassene Squishy wer oder was bist du die zurückgelassenen Squishy äh du bist mir auch ein bisschen Squishy so gib mir her mit dem Geld ich frag mich echt wo ich sowas verpasst haben kann muss ich es googeln oder was und so okie dokie was was habe ich übersehen vorhin ha ich weiß es immer noch nicht huch ach die mal weg da so er soll weg er ist auch gleich weg könnte das da der Squishy sein der Ball ne haha mein Ball ist ja in einem gewissen Sinne äh ein Squishy oder hm hm hau mal ab da das ist der Squishy ey besiege den zurückgelassenen Squishy ja na Halleluja so mach den da mal weg komm come on ey ja einfach durchgehen jetzt so so zack jetzt mach ich einfach ganz schnell das Level fertig und dann hm hm schade kann ich das hier oben nicht mitnehmen ich habe das Gefühl hier drin ist sowas aber naja ich bin einfach ganz schnell das Level dann sehe ich was die letzte Nebenmission ist so 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 weg da alle weg da äh zisch ab Junge keine Lust auf dich ich bin hier nicht für ein bisschen haha ich bin hier für zisch bum bam hieße den muss ich aber mitnehmen sonst funktioniert es nicht nee es funktioniert trotzdem muss einfach nur noch durchlaufen äh 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 weg da was macht ihr denn da ah jetzt habe ich wenigstens gesehen was sie für eine Attacke haben ja dann hoch hm und die Belohnung mitnehmen juhu besiege Federina mit dem Ringstopfer okay ja das ist machbar da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen wirklich nicht also da wäre ich nie drauf gekommen mit dem Ringstopfer zur Federina zu gehen echt nicht also Hut ab das hätte ich jetzt so nicht gemacht wahrscheinlich ich weiß ja nicht wie man da überhaupt drauf kommen soll also I don't know aber wir machen's we're gonna do it we're gonna do it Samma mach den scheiß kaputt hier weg da los oh ey dann gehen wir am direkten Weg zur Federina weg da mit deinem scheiß Buberang der lebt da noch weg hier Federina wo bist du so weg mit den Hunden weg mit euch komischen Dingern sehr gut okay weg mit euch beiden aber wie komm ich denn hier hoch so aha macht das gut der Match oh ne der macht nicht viel der Match ne oh doch der macht verdammt viel der Match lol hau ab hier oh damn son okay das war ordentlich Damage ne weißt du was ich nehm das jetzt mit ja weil können wir alles ein bisschen beschleunigen wenn wir es richtig machen guck mal zack oh yes oh können wir schnell durchrushen so alle weg da los alle weg hier oh zack guck mal ist doch viel angenehmer so so oh huch ja aber hat trotzdem geklappt ja mach sie fertig Kirby nein 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 ja das ist gut mach sie super so und hoch okay wir haben es geschafft we did it juhu super alles erledigt everything erledigt so neun von neun alle waddledies gerettet yo was haben wir hier kolossalers schwertschatz spielzeughammer wir machen wir doch noch den spielzeughammer 40 sekunden die zielzeit 40 sekunden okay na dann zack okay oh das ist ein turm gut gut got it ja uch keine ahnung wie ich das mache aber ich mache es verdammt gut komm schon ich will hier eine bestzeit sehen hab ich sie nur unter 40 sekunden gemacht 36 guck mal ich bin einfach krass ich bin einfach krass na schau mal einen an hier easy neues sternchen gut dann machen wir das hier morgen denn für heute ist Schluss ich bedanke mich beim zuschauen und wünsche euch noch einen ganz ganz schönen Tag macht's gut meine Lieben tschüss